ja hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von skyrim anniversary edition ich bin jetzt gerade mal kurz am überlegen der letzte part ist beendet ja habe ich ganz normal beendet mich verabschiedet aber ich habe mit der maus gespielt hat das spielen dass wir mich jetzt ein bisschen was orientiert aber okay ich glaube hier müssen wir aus so ich hoffe es ist alles soweit in ordnung dass keine bösen überraschungen kommen dass wir gemütlich hier rauskommen und irgendwann projekt aber verlassen können ich will skyrim sehen war hier hoch ne und wir kriegen ein drehwurm 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 sehr schön ja ja sind wir sind wir im garten So, wir sollen zu unserem Herrn und Meister zurückkehren, nicht zu diesem Yen. Da, hab ich schon mal vorbeigelaufen. Mal sehen, ob er uns jetzt einen Kopf kürzer macht. Oder müssen wir ihn töten? Wunderhaupt sein. Schau mal. Und jetzt? Wir hatten keine solche Konversation. Was ist das, wir sind frei? Und jetzt? Stop! You're supposed to be my loyal son! What's going on? Selby, let this anyone go at once. Go make yourself useful. The last thing we need is slaughtering someone. Damn you, Marissa! Oblivion take you and your death setting! Damn you all! Hey, Servant. Find me in the council chambers, when you have a moment to spare. We need to talk. Ich folge dir. Was? Spricht Marissa? Ja, ich folge dir. Ich find das eh nicht. Schön in Ruhe. So. So. Folgen wir. Ja, er schmeißt uns raus und dann kommt der hinterher und schreit uns an. Also er weiß auch nicht, was er will. Er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir gehen, oder wie? So. Wir müssen mal langsam einen Händler finden. Ja, wo gehen wir denn hin? Die Stiefel sehen ja mal hoch, nett aus. So. Öffnen. Bin ich mal gespannt, was die von uns wollen jetzt. Wo ist es? Moment. So. So. Ah, mir geht die Nase. Um. Oh. Oh. There you go. Now we can talk. When you were just brought here, I asked Erva to look into your past. Of course we didn't find anything remarkable in you. But it seemed to me you were a worthless Enwa. We came to the conclusion that you will be more beneficial as a free citizen and a member of our great house. We have the power to set you free of your shackles to rip apart that amulet around your neck. We can grant you your freedom. We can grant you your freedom. You may choose to leave Sadrith Kegoran and never return. But I have a feeling that's not what you'll do. We want to ask for your help. Master Yen Lu told us what happened in the library. I fear that our respected colleague, Master Seltri, is losing his grip on reality. We worry- Come on, Erva. He's obsessed with the Dwemer. He fell off the reel some fifty years ago. What if Seltri woke up all the calls off? What if hordes of Dwemeri automatons invaded our town? We heard the alarm signal from all the way here. Shanath completely lost his fear and caution. We have known for a long time that he has conceived something. And it is unlikely this will end in good. I have a feeling the town's sitting on a powder keg. I ask you to speak with Yen Lu and report to us about any suspicious activity of Seltri's. First, you should wait some time until Shanath comes to his senses. I hope he doesn't try to kill you when he finds you are no longer his servant. Will you help us in exchange for your freedom? Yeah, I will help you, Shanath to stop. Cedrith Cagrin will not forget your service. From this day forth, you are free to go wherever and do whatever. As a recognized citizen. Talk to Yen Lu. He is waiting for you outside. Right. A cage behind you in the far corner. Your belongings are within the chest. We did not touch them because we decided to get to know you better. What? I can't… I can't… No, that's not… Let's do this. No, that's not. Here is the book where Shanath was at. So Shanath was at the same time. I didn't think you'd ever bring it to me. Anything else? Ähm, ja, irgendwo sind unsere Sachen, Juche, und ich bin so geladen, irgendwo in eine Truhe, was hat sie, ich hab nicht verstanden, alles, äh, erstmal, Quest, ja, das ist wahrscheinlich der Quest noch, ich bin aber überladen, aber wir haben dann Wasser, wenn sie es nicht ausgesoffen haben, da, Sachen, ich komme, geschlichen, ach, alles nehmen, ja, ja, wir sind überladen, alles, alles nehmen, ich soll Yen, Yul, nein, wieso denn, er war doch nett mit uns, warum muss ich ihn jetzt töten, was wollt ihr denn alle, bin ich überladen, mein Lieber, Schalli, so, jetzt geht's los, das könnte ich eigentlich machen, Sachen hier reinschmeißen, die wir nicht brauchen, weil, hier, Elfenssword, okay, bringt Geld, der kann weg zum Beispiel, weil der Bogen ist besser, das kann weg, das kann weg, das kann weg, um, ich kann eh keiner tragen, die zwei Stück von kann ich gleich jemanden geben, also, meine Sachen, das brauchen wir, Charino, wo ist weg, aber das ist auch gar nicht so gut das was wir anhaben ist besser so den muss man auf ich habe 96 ich weiß nicht was ist denn da so schwer ich muss ein bisschen was verteilen keiner das ist eigentlich sehr gut das zwergenschwert in die stahlfalle etwas nein gewicht das ist schon ja ich bin ja noch nicht fertig er hat das brauche ich das kannst du tragen ja dann ja mal hier das kannst du tragen das ist alles rohe das gebe ich ihm auch die Butter können auch guckt guckt das ist das getrocknet ne so viel muss ich nicht schleppen ich lass das mal bei ihm ein bisschen ah der Käse ist auch schwer da das kannst du haben da 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 das da 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 Okay, er ist schon mal voll auch und ein bisschen leicht. Wo sind die anderen? Lydia, kannst du... Ja. Wenigstens ein bisschen. Sie ist auch voll. Hey, haut nicht ab. Gut, Gerd. Ich bin noch da. Ja, hoff ich. Sie ist auch voll. Hey, verändern. Wenn wir hier rauskommen, müssen wir unbedingt Sachen verkaufen und wegbringen. Was kann ich für dich, Freund? Was brauchst du? Ich brauche nichts. Du musst es tragen. Hm. Was will ich ihm nicht geben? Okay, das kann er tragen. Das ziehe ich gleich wieder an, glaube ich. Das auch. Okay, das kann er im Moment haben, weil so kalt ist es ja nicht hier. Ich würde es gerne nach Gewicht aber ausgehen. Immer das ganze Zeug. Da ist auch ein bisschen Gewicht weg. Mein Gott, habe ich gesammelt. Ja, das machen wir alles. Von Miriam, ne? Frost. Und die ist, glaube ich, im Weißlauf gewesen. Okay. Was, die Geschichte des Dampfes? Ja. Geister Deidra. Der Skullkönig. Ich hoffe, er stirbt mir nicht irgendwo. So habe ich das gestohlen, Eka. Okay. Dann, ähm... Kugel. Verlier mir meine Sachen nicht. Ja. Ein Septim hat 0,01. Überleg mal, wie viel Gewicht wir mit den Septimen jetzt auch schon rumtragen. Ja, Tee kannst du haben. Ja, ich weiß, wir sehen gut aus mit dem Gelicht jetzt. 1.500 Franken für die Zwergstatue. Nicht Franken, aber... Sertien. Äh, ja. Let me know if there's anything... Okay. Das wieder anziehen. Das. Das. Dann können wir auch wieder richtig tragen. So. Jetzt aber nochmal questmäßig Wahrheit. Sprich mit Yen Ullu. Optional töte Yen Ullu und finde heraus, warum er gerade arbeitet. Der Rat hat mich freigelassen und gebeten, Schandard Seltri und seine Aktivitäten im Auge zu halten. Ich sollte mit Yen Ullu über die Einzeiten des Falls sprechen. Also ich werde Yen nicht töten. Das ist schon mal klar. So, wo war der Ausgang? Mal gucken, ob ich irgendwie hier einen Händler finde. Der eine ist doch ein Händler jetzt, oder? Gewesen. Ich folge dir. Ja, ich weiß nicht. Er ist ein bisschen überreizt. Okay. Und er macht Versuche an Vampiren und anderen Sklaven. Das ist auch nicht so schön. Was fehlt uns? Leichte Müdigkeit, geringer Durst. Sinnesfluch. Wie kriege ich den los? Könnt ihr mir da mal einen Tipp geben? Also Müdigkeit, okay. Das müssen wir jetzt... Da müssen wir durch im Moment. Bis wir irgendwo einen Schlafplatz finden. Das müssen wir auf dem Weg gehen. Ah, wo gehen wir denn jetzt hin? Okay. Was haben wir denn hier unten? Oh Gott. Warum müssen wir schon wieder hier runter? Das ist doch gruselig. Kommt ihr mal? Oder seid ihr überladen, dass ihr so lahm seid? Jetzt wurscht, ich warte nicht auf euch. Das ist aber hell. Oh, es sind alle da. Ja, sehr schön. Es ist ein Grälder. Fangen wir erst mal an. Was ist Bekalsaf? Wie seid ihr nach Sardricke herangekommen? Wie ist Sardrickegan entstanden? Das ist ein Grälder. Ein Planetenplanetarium, auf einem aktiven Aetherium-Core. Vielleicht wissen Sie bereits, dass Telvani benutzt Sol-Gems, um ihre Hände zu entwickeln, aus einem speziellen Art von Mushroom, exclusiv zu Morrowind. Und so haben wir unser Wissen geschehen, und wir haben eine unnügliche Untergrund-Settlement gegründet. Könnten Sie genau sein? Termina El-Anil versucht, das Planetarium-Core zu benutzen, als eine Kraft für unsere Mushroom-Core. Und so Tel-Ard emerged, die Mushroom-Core grew with terrific speed. und schnell mutiert, die ganze Hände fliegt und penetriert in die Kälte. Aber Telvani kann die Entwicklung der Mushroom-Core. Wir konnten also eine Kälte-Halle und andere Dwellungen kreieren. Was ist Mycelium? Es ist nur ein Hände, wo das Hauptsystem der Tel-Armed liegt. Was ist los mit euren Armen und euren Augen? Ich habe einmal mit der Idee, dass unsere Körper mit der Hilfe der Mechanismen verbessert werden. Wie viele Dwellen haben. Cell 3 stoppt in den Augen, aber ich bin praktisch ein Quartier-Metal. Oho, was ist Aho? Als ich hierher gekommen bin, habe ich mich überrascht, wie die Stadt existiert. Es ist so, dass das Aetherium-Core von... nicht einem Planetarium, sondern einem Schiff. Ein fliegenden Dwellen-Schiff. Können Sie sich das vorstellen? Und es ist perfekt gegründet. Das Schiff war ein Aetherial-Hyperdimensional-Observatrie, oder AHO. Was meint er mit Hyper-Raum? Wir verstehen uns nicht, dass wir uns selbst nicht verstehen. Dieses Terme wurde von den Dwellern selbst benutzt. Shanath und ich haben eine Theorie gemacht, dass dieses Schiff, AHO, kann sofort zu einer anderen Location transportieren, mit dem Kraft des Aetherium-Core und einem bestimmten Mechanismus. Was wird nun von mir verlangt? Shanath ist nicht möglich für eine Gespräche, jetzt. Es scheint, dass er sich im Haus hat. Er arbeitet an etwas. Wir müssen uns weitergehen. Shanath will beginnen die Aetherium-Core von AHO, obwohl er kein direktes Access hat. A lange Zeit zurück, er hat seine Hand auf eine Activation-Cube, als er, der nur der Kind von seiner Meinung ist. Wo er es schützt, ich weiß nicht. Ich habe einen anderen Cube gefunden, aber es war nicht configuriert, oder hat er einen Aetherium-Core. Ich habe eine Kluge auf die Aetherium-Core, und wie es zu tunen. Aber erst, ich muss ein sehr wichtiges Experimenten machen. Ich würde gerne gehen zu Bekauzath. Erst zu den Laboratorn, und dann zu den Animolculary. Ein Zeitpunkt habe ich gefunden und Translator eine Guide für Tuning-Aktivation-Cubes. Hier ist eine Diary, die eine Detail-Description für Ihre Aufgabe. Ich habe ja gesagt, ich töte ihn nicht. Ich konnte ihn jetzt töten, aber wofür? Müssen wir jetzt wieder zurück? Jo. Okay, gehen wir wieder zurück. Nee. Warum soll ich ihn töten? Speichern aber. Er hat mir nichts getan. Okay, jemand hat sich beschwert, warum ich die zwei anderen getötet habe. Ja, die haben den Mord begangen. Die haben ihre gerechte Strafe bekommen. Entschuldigung. Und ja, er hat bis jetzt nichts getan. Also, der... Dass die diesen Kern... Ach, dass unser ehemaliger Meister den Kern da starten will. Das wird ja den Untergang der Stadt bedeuten, oder nicht? Doch die Stadt zerstört. Oh. Nein. Nein. Er steht immer so nah dran. So. Dann wollen wir mal. Raus hier. Okay. Dann will ich auch sagen... Ende ich den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks. Wenn mal, wie ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.